Hey Leute willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 18 Torwart Karriere und wir können dieses Zeug hier mal ablaufen lassen wir werden wahrscheinlich ja eh nicht verkauft hoffe ich jetzt einfach mal denn die Rolle bei den Würzburger Kickers gefällt mir momentan ziemlich ziemlich gut da ich ja eben ziemlich oft spiele also ich glaube ich habe bisher jedes Spiel sogar gespielt also kann man wirklich nicht sagen das finde ich auch schön das war letztes Jahr anders man wurde ja immer direkt ausgeliehen also hier in der dritten Liga ist das jetzt eben ziemlich ziemlich cool dass man nicht direkt weg vom Fenster ist das finde ich schön so lassen wir den scheiß einfach mal durchrauschen zack letzte frist für den transfer abgelaufen spieler des monats bekannt geben einer von uns what tatsächlich fragt mich nicht wer es ist königs oder so so wir spulen mal kurz vor stopp stop 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 training machen vor dem spiel gegen padermont momentan sind ja die internationalen spiele da sind wir leider nicht dabei aber naja das kommt vielleicht auch noch mal jetzt müssen wir uns gut schlagen in dem ja doch relativ schweren training gut dass mein torwart gar nichts macht oder wir ein spieler was soll man oder wenn ja bis in den fünf meter raum das ist echt sau sau schwer die reaktionszeit von einem torwart ist halt auch nicht gut meine herren das funktioniert ja schon wieder echt gut den haben wir jetzt endlich mal ich kann dagegen nichts machen das ist echt krass ein C ok nehme ich an nächste einheit also da nehme ich echt immer ein C an das ist echt traurig weil es sind nur zwei gehaltene pässe die ich dann habe gehaltene schüsse aber es willst du machen ist halt so das läuft immer besser also muss man schon sagen ist natürlich erstens einfacher zweitens habe ich die übung schon ziemlich oft gemacht also weiß ich schon ein bisschen wo das ankommt alter hat mich durch die tunnel oder so überläuft so ca bb ja das ist okay das kann man nicht sagen da kann man echt nicht sagen sind bald auf nur 70 wir bessern uns stehst du in der startformation zu hause gegen paderborn und paderborn ist platz 13 zentral wir sollten definitiv trotzdem gewinnen und ich hoffe dass es irgendwas wird let's go so wir haben anstoß zu hause gegen paderborn ich hoffe wir dürfen die tormusik hören die torhymne ich hoffe dass wir das spiel gewinnen und uns wirklich bessern den weg nach oben einschlagen weil die würzburg kicker sind nicht schlecht die wollen in die zweite liga wir wollen im aufstiegs rennen mit dabei sein und das zeigen sie hoffentlich jetzt auch den haben wir sauber keine schlechte aktion von uns hier haben wir den arm noch hochgerissen ecke schön auch die ecke mal weg gefaustet aber es bleibt immer noch gefährlich das gibt es nicht 1 0 sc paderborn das war nicht gut von mir das muss ich echt zugeben aber ich hatte angst leute ich hatte angst da komm mal in der mitte in der mitte stand hier dann mit der nummer elf der spieler und ich dachte wenn er jetzt wieder reinpasst na dann bin ich wieder so chancenlos und bin deswegen nicht so hart in dem torwart eck geblieben tja und dann schießt er halt und trifft das ist natürlich schade aber was willst du machen komm halbzeit wir haben viel zu tun gehabt die würzburgers zeigen nicht so viel nach vorne werden hier immer wieder rein gedrängt und ja was soll ich machen einer ist dann halt eben reingegangen gibt es dazu ich bin nicht der beste torwart muss noch lernen die mannschaft muss mich unterstützen und ich habe auch das vertrauen in die mannschaft momentan aber das tor muss doch kommen ja der ist vorbeigegangen ich weiß nicht ob ich ihn gehabt hätte ich bin gesprungen aber keine ahnung ah nein der keeper hat ihn das gibt es doch nicht aus und vorbei war gar keine schlechte chance hier nochmal zum ende hin kippa den wir verlieren mit 0 1 2 haben wir pariert bringt uns nichts unsere mannschaft ist echt so ungefährlich vor dem tor wie kein anderer wir sind wieder auf platz 19 gelandet wieder runtergerutscht wir haben bisher einen sieg zwei unterschieden vier niederlagen neun tore das ist irgendwie ist das zu wenig ich meine ich weiß ich halte wirklich nicht viele ich halte nicht alle ich muss definitiv besser werden damit wir mit den würzburgers was reißen können aber sie müssen natürlich auch vorne ihre tore machen weil sie hätten in dem spiel hier locker das 1 1 machen können und dann hätte die welt schon mal wieder anders ausgesehen hier kriege ich echt nie einen ball das war jetzt wieder die erste parade die zweite naja jetzt geht wieder nichts einen müsste ich noch halten dass wir chillig ja man wieder das kurze eck hier aufgemacht das ist nicht wahr naja in dem kurzen eck bin ich so unsicher immer ich drücke dann halt irgendeinen knopf auf einmal ist das kurze eck auf ist nicht gut lol bam schön heißt ja da war drin aber sowas von wobei ich bei der übung eigentlich keine bedenken habe dass ich keinen a schaff weil die ist wirklich nicht so schwer so dann alfmeter fallschluss noch und ja bis gleich c a a b das ist doch nicht schlecht das war jetzt echt relativ gut so dann schwung mal vor ne schade training kann man nicht mehr machen gegen allen zu gast und direkt danach glaube ich gegen kars jena osnabük und dahin ganz ganz viele spiele hier hintereinander wir sind letzter letzter platz alle haben schon acht spiele gespielt bis auf allen und wir wenn wir gewinnen würden wären wir mindestens das 18 also schon mal ein kleiner erfolg vielleicht überholen wir allen ich weiß es nicht dann wären wir platz 16 einfach wieder nach oben ich will wieder nach oben ich will nicht hier im unteren eck rumgammeln weil wir sind ja nicht mal so übel muss ich ganz ehrlich sagen also wir sind schon nicht gut aber auch nicht so schlecht also ich will da meine mannschaft definitiv nicht schlecht reden wir probieren es einfach lasst uns rein starten allen gegen würzburger kickers wir sind die gäste trotzdem will ich jetzt tore von meinem team allen ist jetzt auch nicht die beste mannschaft platz 16 wir waren auch schon mal platz 15 kommt die jungs halbzeit 0 0 weißt du kaum spielst du gegen die würzburger kickers also gegen uns 0 0 mehr geht nicht 1 0 0 0 und wenn was geht dann 5 0 oder so echt die machen würzburger kickers machen nie Tore denn letztens dann hauen sie es raus 4 zu 1 oder so das ist echt 4 schüsse 3 aufs tor nix geht keine ahnung der kratzt da jeden raus so ein strahl von schuss war das und die keeper kratzt den dann würde ich ja niemals halten können ja man endlich 72 der minute endlich ich habe gewartet ich habe so lange gewartet die machen so viel druck königs mit dem 0 1 73 endlich man den haben wir man oh man oh man 1 0 aber ein 1 0 reicht mir sofern jetzt nichts mehr passiert kein 1 1 oder so ist das vollkommen in ordnung es war wackelig jetzt also kommt vielleicht noch ein 2 0 ne jetzt grad nicht es war wackelig so ein 1 0 aber es würde reichen das ist klar ja jawohl und jetzt ist der sack zu 89 0 zu 2 ja man so will ich das sehen und nicht anders gegen 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 platz 16 jopek mit dem 0 zu 2 gegen platz 16 hier drei punkte zu holen das ist ganz ganz wichtig jetzt ist der sack zu aber man fehlpasst sogar hier vielleicht noch eine chance aus ja man endlich der nächste sieg eingefangenen mehr nicht also man hat schon hier gemerkt auch hier sieht man immer wieder der keeper von denen hat gehalten man 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 hat schon gemerkt allen ist auch nicht so die beste Mannschaft und wir sind 17 acht spiele acht punkte nichts besonders aber ich bin damit erstmal vorerst wenigstens ein bisschen zufrieden so training können wir direkt nochmal machen kein problem werden wir auch tun wenigstens ein bisschen zufriedener macht mich das jetzt das ist ja nicht schlecht schön wir müssen einfach mal einen mehr halten oder zwei das gibt es doch gar nicht ja 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 wird das vielleicht was boah wie ist der denn gesprungen ich habe sogar in die richtige ecke gelingt gelingt lol schade schade ich hoffe dass wir das a jetzt nicht verlieren ne ein a in dieser übung boah lol das läuft ja gut brah brah dafür hier nicht so aber das war jetzt nur der erste alter was war das denn ja das ist doch ganz gut gut dass wir wieder mal drei punkte bekommen haben also es ist natürlich nicht einfach sich da jetzt noch aus dem keller hochzuschauen wobei es ja nur acht spiele ne also da kommen ja noch definitiv viele hinzu und das ist ja noch nicht noch längst nicht alles gewesen aber ähm man kann definitiv sagen dass es nicht einfach wird sich da unten auszuschrauben aber drei punkte tun jetzt schon mal echt gut a a b und c die torwart übung mit a abgeschlossen das ist gut das ist wirklich gut so dann haben wir das spiel gegen casa siena und wir sind auf platz 17 die sind auf platz 16 bedeutet das könnte wieder was werden wieder drei punkte bedeutet wir haben dann elf punkte und dann sieht das schon ganz gut aus also was heißt ganz gut aber dann sind wir schon stücken besser ein spiel ohne gegentor haben wir absolviert prognose 4 und ich muss 15 schaffen tipptopp versuch nicht mehr als 1,3 pro spiel zu kassieren das wird hoffentlich auch noch besser das ist schon gar nicht mal so übel halte bei ligaspielen eine durchschnittliche spielwertung von 7,5 das wird auch nicht so schwer die drei die kann man schon die zwei die kann man schon machen die oberen zwei das mit den gegentoren naja parade gegentorquote naja das ist auch nicht so einfach aber das kriegen wir schon alles hin habe ich denke ich keine bedenken spiel gegen casa siena steht eben an und ich denke dass wir das ziemlich gut abschneiden werden und ich hoffe es auch ich würde sagen wenn euch die folge gefallen hat lasst die bewertung da bis dahin und ciao ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal